Musik Hey, hoi zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, in welche Richtung ich jetzt weiter muss. Ich glaube aber nie so. Da ist noch hell. Das heißt, wahrscheinlich muss ich hier weiter her. Ich hoffe mal, hier kommt keiner rein. Oder komme ich von hier? Nee, oder? Ich weiß es nicht! Wo sind meine Wasserpfeile? Äh, da. Nummer 6. Punkt. Licht aus, interessiert keinen? Sehr schön. Das Helter schlägt um. Schrei, wenn was ist. Scheiße, dämlicher Vogel. Mist, ich habe den scheiß Vogel nicht gesehen. Oh Gott, hier kann ich nicht runter. Hallo, wer ist da? Niemand. Mist, dämlicher Vogel, scheiße, man. Hätte ich den gesehen, hätte ich ihn wenigstens außer Gefecht setzen können, oder? Hätte ich ihn außer Gefecht setzen können? In Ordnung. Nerviges Vieh, dann mache ich das halt jetzt noch. Sind das die, das sind die Gaspfeile richtig? Du musst schnell speichern. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Mit Vögeln funktioniert das also nicht. Gut, soviel dazu. Dankeschön, weg damit. Vergessen wir das und versuchen wir es einfach so. Irgendwie. Ach, schon wieder Scherben. Schlitz mich auf und bringt es zu Ende. Ähm, wo muss ich längs? Ich muss schlafen. Hm. Da hoch? Ich kann hier hoch. Irgendwie kann ich hier hoch, ja. Da hinten, die Schlawida hat einer rum und hier Schlawida hat einer rum. Das muss ich nur überlegen. Komme ich an den irgendwie so vorbei? Wenn es hell wird unter mich sieht, ist das nicht so gut. Wo ist denn der zweite? Bleibt er da hinten? Die ganze Zeit? Sieht so aus. Ich fühle mich nicht besonders. Okay, das heißt, theoretisch. Ich versuch's mal nochmal mit, 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 ähm... Genau damit. Äh? Wer hat dieses Geräusch gemacht? Das war kein Geräusch. Nein. Nur ein nächtliches Geräusch. Was ist anders? Aha. Also es interessiert sich tatsächlich jeden Scheiß dafür, wenn ich diese Fackeln ausmache. Finde ich aber sehr gut. Das heißt, ich kann die auch noch ausmachen. Und es ist nur noch gefährlich, wenn jetzt tatsächlich einmal der Blitz erscheinen sollte. Das Wetter schlägt um. Komm schon. Danke. Oh Gott. Was zum... Eie, ja. Mann, 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 Mann. Irgendwie ist mir das zu einfach hier. Kann ich jetzt tatsächlich einfach hier rum? Tatsache. Ist ja lame. Der hätte wahrscheinlich auch noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte. Aber... Folge dem Mond. Whatever. Ich hab keinen Timer gestellt. Das ist blöd. Ist egal. Ziehen wir einfach fünf Minuten ab. Dann passt das schon. Das heißt, ich mache diesmal wieder 25 Minuten statt, äh, 30. Ach, was weiß ich denn nicht. Ich überziehe doch ständig. Warum laufe ich immer rückwärts, Mann? Scheiß WoW-Steuerung. Die macht mich total kirre. Okay. Ähm. Gut, ich folge dem Mond. Hier scheint keiner zu sein. Ah, jetzt bin ich auf der... Ah, ich verstehe. Bin ich auf der anderen Seite? Ich hab vorhin hier rüber gucken können, sozusagen. Jetzt... muss ich hier vorne weiter. Zack und zack und... Hoch da. Ja. Dankeschön. Oh, es wird immer unheimlicher. Ich hasse das. Muss ich hier runter? Kann ich hier runter? Vorsicht! Ah! Hey, das war gemein. Ich muss doch da hoch. Scheiße. Und jetzt? Ich darf zusehen, wie ich klarkomme. Geil. Ist hier unten noch irgendwas zu holen? Natürlich ist hier was zu holen. Hi. Hey! Warum ist das leer? Was für eine Verarsche, Mann. Was für eine Verarsche, Mann. Ich will das aber haben. Okay. Gut, nee. Ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen. Heißt, wir gehen mal hier hoch. Und da längs. Und hier. Äh, los. Geh da hoch. Danke. Und hier geht's weiter. Jawoll. Okay. Das funktioniert. Sehr schön. Rüber da. Und hoch. Und rüber. Und hoch. Sehr schön. Wir kommen voran. Es ist hell. Ich mag es nicht, wenn es hell ist. Warum ist es hell? Schnell speichern. Danke. Ah, okay. Hier geht's durch. Hier geht's weiter. So. Hebe an die Scheiße. Los. Huh. Oh, Mann. Der Untertitel stimmt irgendwie überhaupt nicht mit dem überein, was sie sagen. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen kurios. Das verwirrt mich aber immer, weil ich achte irgendwie mehr darauf, was da unten steht, als darauf, was die sagen. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie gerade gar gedacht, was er eben gesagt hat. Hä? Kann ich hier runter? Könnte ich hier runter? Ich könnte wahrscheinlich hier runter, aber ich glaube, ich sollte nicht hier runter. Und ich habe jetzt ganz oft runter gesagt, aber das ist mir egal. Ich glaube, ich könnte hier hin. Oder? Hier? So? Da? Da? Da unten sind Wachen. Böse Wachen. Und ich komme hier irgendwie nicht... Ich glaube, ich sollte doch lieber wieder hoch und das auf der anderen Seite versuchen. Aber da ist so hell. Ist es hier hell? Oh, 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 oh. Autsch. Verdammt. Okay, ich wollte auch eigentlich auf dieser Empore landen und nicht runterfallen. Aber es hat nicht so ganz geklappt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ja. Dieser letzte Satz hier und war... Ja, habe ich gesehen. Dankeschön. Äh. Brauche ich jetzt nicht nochmal? Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Rotunde? Dieses Ding da unten. Okay, das heißt, ich muss da runter. Heißt aber auch... Oh, oh, oh. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich da drauf. Warum kann ich nicht da drauf landen? Puh. Okay. Du dich. Nicht hier rüberkommen. Nicht hier rüberkommen. Lieb sein. Dankeschön. Ehe halten? Ehe halten? Ehe halten? Wie lange bis die Vorräte unten sind? Du bist älter als ich. Oh. Ungläubiger, ich höre dich! Oh, da war noch einer. Da war noch einer. Da war noch einer. Nein, da war noch einer. Das ist ein Versorgungsakt. Ich kann so schnell einfach nicht reagieren. Ich kann so schnell einfach nicht reagieren. Ich habe Reaktionszeit wie... ein Murmeltier. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt auf ein Murmeltier komme. Auf jeden Fall ein altes Murmeltier. Ein krankes. Blindes. Das ist meine Reaktion. Man muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Oh, immer dieses Rückwärtsgehen. Ich bin fast da. Das ist voll schrecklich. Ich habe die... Die WoW-Steuerung habe ich so gestellt, dass ich auf S vorwärtsgehe. Und daran habe ich mich jetzt voll gewöhnt. Das ist ganz böse. Macht sowas nicht, Leute. Stellt niemals eure Steuerung in WoW. Ich meine, es hilft mir zwar super. Auch mit meinen Skills und so, aber es ist echt nervig. Wenn man sich da so furchtbar dran gewöhnt hat. Okay, einmal speichern, bitte. Danke. Gut, ich muss zu diesem scheiß Teil rüber. Zu diesem Aufzug. Aber wie, ist die Frage, Freunde. Wie? Komme ich hier irgendwie auch so? So da, links? So, hier? Ja, hier könnte ich auch hinkommen. Ja, komm. Ich brauche was zu trinken. Aber es ist so hell hier. Schnellspeichern. Hi, Überraschung. So, schnell weg, schnell weg. Ach, hier sind die ganzen Pfeile in der Fresse hier. Mann. So, weg mit dir. Okay, einer weniger. Oh. Ernsthaft? Ich muss da runter? Oh, ich wette, es gibt hier noch so viel zum mitnehmen. Da ist zum Beispiel noch was. Ich gebe mir das. Da drüben gibt es bestimmt auch noch ganz viel. Und da unten glitzert was. Oh mein Gott, überall glitzert es. Ah, eine Geldbörse. Ach, hier auf diese Seite komme ich auch. Okay. Äh, 146 Meter nach unten. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir springen da jetzt nicht runter. Sondern versuchen es hier drauf. Wie lange, bis die Vorräte unten sind. Der Lift ist älter als das Viertel und genauso kaputt. Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug. Damit komme ich nach unten. Was? Wo? Ach, da. Äh. Wuch, was war das denn jetzt? Nein. Nein. Fuh, da ist noch einer. Mist, verdammter. Komm ich nur von hier auf die andere Seite? Das ist doch totaler Bullshit. Oh. Ah. Herrgott, war das knapp. Geh weg. Ich auch nicht. Oh. Hat sich da eben was bewegt? Na, da oben ist er noch. Oh, Gott. Überall wimmelt es von diesen sämtlichen Wachen. Ich habe keine Chance, mich zu bewähren. Ich kriege zu viel. Okay. So weit bin ich schon mal. Wenn der jetzt gleich da rüber geht, dann kann ich dem bestimmt K.O. Das ist widerlich. Ich sehe. Ah, Mist, verdammte Scheiße. Warum sind das so viele? Nein, lass mich. Lass deine Waffe liegen. Die bringt dir gerade eh nichts mehr. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich doch hier rüber, richtig? Ach, nein. Ach, Mist. Ach, verdammt. Ich war mal besser in dem Spiel. Ja gut, aber anfangs ist das Spiel ja noch einfach. Ach, das war so schön, wie ich es noch angedeutet. Okay, 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 okay. Hi. Oh! Oh, ja! Ah! Erschreckt mich doch nicht so. Mann. Okay. Ähm, die haben von dem Versorgungsaufzug geredet, der hier irgendwo sein soll. Aber, ich komme von hier aus doch hier hoch. Hehe. Aber, ähm, ja, das war es dann irgendwie auch schon. Auf die Säcke kann er natürlich nicht drauf klettern. Kann ich da oben irgendwas Seilfeil-mäßig verwenden oder so? Da hinten kann ich einen Seilfeil dran packen. Verdammt kalt heute Nacht. Hm. Das hier ist der Versorgungsaufzug und ich schaffe es nicht, darüber zu springen. Oder hier rüber zu klettern. Ganz ehrlich? Mann, das hätte doch selbst ich geschafft. Ach, Mann. Ich bin mir ja manchmal nicht so ganz sicher, ob das ganz schön so wirklich Sinn ergibt. Jetzt geh schon da hoch. Dank wirklich, dass nicht die Schuhe unten sind. Wie lange bis die Vorräte unten sind. Genau so kaputt? Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug. Damit komme ich nach unten. Oh, ah nein, nein, nein. Weicht nicht zurück. Dieser Sturm wäscht den Dreck der Tyrannen und Ungläubigen von unseren Straßen. Bald werden wir Zeugen einer neuen Dämmerung. Amen. Jetzt verschwinde da. Mir tut der Rücken weh. Hör auf zu jammern und verschwinde. Geh da eine verdammte Route. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Hier hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Du weh. Ja, schön, danke. Jetzt könnte ich eventuell an die Seile ran. Ich gehe mal davon aus, dass das auch meine einzige Möglichkeit ist. Speicherns? Ich fühl mich nicht besonders. Ich auch nicht. Und versuchen. Hat sich da eben was bewegt? Nein, hier hat sich nichts bewegt. Das war nichts von Bedeutung. Puh. Puh. So. Jump. Danke. Und jetzt? Kann ich wieder rüber. Niemand entkommt den Götzen der Dämmerung. Es wäre schön, wenn ich mich hier mal ein bisschen mehr umsehen könnte, wenn ich immer meine Hände vor der Nase hätte. Okay, ich warte jetzt einfach noch einmal, bis er hier vorbeigeladet ist oder so. Von hier aus kann ich natürlich gerne Pfeile schießen, das war klar. Hänge ich hier halt noch ein bisschen rum. Hat doch auch mal was. So ein bisschen abhängen. Chill. Äh, schnell, 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 schnell. Kann man Zopf erneuern, so. Okay, wir müssen weiter nach unten, bitte. Mein Nacken schmerzt. So, komm jetzt, du darfst wieder verschwinden, hau ab. Tschüss. Tchuh. Hallo. Würdest du bitte... Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Ich schwöre, da war jemand. Nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Halt, empfange die Dämmerung. Ah, warum zu mir hat er mich jetzt gesehen? F9 ist schnellladen oder was? Okay. Gute Frage, mein Freund. Nächste. Wer geht da? Warum sehen die mich? Warum zum Henker sehen die mich? Es nervt. Komm zurück, Ungläubiger. Nein. Ihr könnt mich mal. Jetzt habe ich ganz viel da oben vergessen, was ich hätte mitnehmen können. Das ist mir aber scheißegal. Ganz ehrlich. Es nervt. Oh, shit. Ich werde meinen Glauben beweisen. Hahaha. Klasse. Aua. Zeigt ihm unseren Glauben. Aua. Ach, Leute. Das nervt doch. Bin ich echt zu schlecht geworden in dem Spiel oder bin ich einfach nur zu blöd zu allem im Moment? Vielleicht sollte ich es doch nochmal mit dem Weg hier versuchen. Vielleicht schaffe ich es ja dann umzuhauen, ohne dass der hier vorne was bemerkt. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Der Wunsch wird uns den Weg weisen. Wo ist der denn hingerannt jetzt? Oh. Ohne Witz, der steht da vorne und pennt fast ein. Aber sobald ich ins Licht trete, bemerkt er mich. Und manchmal finde ich die Sachen ein bisschen zu extrem. Keine Ahnung, wie ich es ausdrucken soll. Sobald ich ins Licht trete, bemerkt er mich, das ist doch... Ui. Okay. Vorsichtig, wir sind schon weit gekommen. Es wird etwas geschehen, das weiß ich. Ich weiß es einfach. Wir sind schon sehr weit gekommen. Ist es eigentlich möglich, den mit stumpfen Pfeilen K.O. zu schlagen, wenn man den Kopf trifft? Vielleicht funktioniert das ja. Kurz speichern. Ich wusste nicht, dass der durch die Gegend läuft, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich natürlich gerade gespeichert, wo er losgeht. Das ist echt ungünstig. Ach, pusch da etwas durch die Schatten? Klammere dich an deine Schatten! Gleich ist es vorbei! Ach, nö. Awww. Denkst du, die Dunkelheit schützt mich? Ja. Auf jeden Fall. Ich suche hier unten. Bleib schnell! Nein, ich werde nicht stehen bleiben. Hä? Ich werde mich hüten. Ich bin gestorben. Ich hätte vielleicht auch springen sollen, aber ich wusste ja nicht, wie es weitergeht, weil ich ja hetzend fliehen musste. Ich bin zu blöd dazu. Ich krieg heute nichts auf die Reihe, ey. Ich bin zu bleib. Ich bin zu. Ich habe noch ein paar Tage, weil ich fühle, wenn ich noch nicht kiege.